Übrigens, mit Schaffen erst geschrieben. Jetzt siehst du auf deiner Karte alle Scherz-M-Schatztruhen des Labyrinths. Du kannst wieder runter, jetzt kannst du zurück. Ja, ich brauche über Leben. Ich speichere jetzt ab. Mach abspeichern. Mach abspeichern. Mach abspeichern. Ja, ich brauche jetzt nicht mehr wieder Leben. Ja, ihr Schock, eben. Das ist jetzt nicht die Singkrise deines Lebens. Ja, mach doch einfach auf die Tür. Du musst nicht gegen sie schlagen. Okay, war's. Warte. Sie sehen an. Du musst ihn anvisieren. Du musst den Skolata töten, damit du weiterkommen kannst. Sie sehen an. Genau. Töten. Zurück, Backlip. Game over. Das erste Game over. Oh mein Gott, so sieht das Game over vom Spiel aus. Laden. Ja, sichern. Ja, mach ja. Spielstand gesichert. Ja. Und jetzt mal drück A. Spielfortsitzung, ja. Du musst nur einen Knopf drücken. Ja. Ja, lass mich doch an Ruhe. Ja, ich bin halt zu da, Maschi. Dass ich zehn Stunden dafür brauche, einen Knopf zu drücken. Hey. Ja, hält dich auch weg. Warte, wie sieht ihn mal? Wie sieht ihn den nächsten an? Du. 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 Okay, dann versuchst du doch, seit durchspielen zu gehen. Jetzt halte ich das Gespräch und da will ich dich mal sehen. Du brauchst zehn Stunden länger, dass ich dich durchspielen führe. Okay, wer ist zu meins? Nein. Warte. Z. Mach jetzt. Mach B. Wenn dich nicht glücklich gegen sie. Und hier zurück. Ah Gott. Genau. So. So kann sie gleich. er wird sich mit bekannten sie hat lernen haben das ist der Tat der Bündel ich war ein St ich sag's dir nicht schon mal Schildermaschine Nummer 2 Terminator Oh, mit Backe an. Grabenator, die neue Generation. What? Genial. Okay, jetzt gehen. Oh, ja. Ich speichere nochmal hier. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Ich speichere immer, wenn ich im Menü bin. Also, ich schaue mit...